Hallo Leute, danke fürs Einschalten. Die Ausgabe 22 ist ein Dreiteiler. Es beinhaltet Vorschläge, die bis zum 21.10.2017 zwölf Uhr eingereicht wurden. Danke für die tolle Unterstützung und nun viel Spaß mit diesem Teil. Sagt der Vater, 26893 ist die Liebeszahl. Fragt das Kind warum? Darauf der Vater, naja, wenn zwei Leute Sex haben und nicht acht geben, sind sie in neun Monaten zu dritt. Und was ist, wenn's Drillinge wären? Woran erkennt man eine türkische Domina? An ihrem Lederkopftuch? Handy im ECE aufladen. Beim Einstecken sind es 25%. Jetzt nur noch 11%. Ich glaube, der Zug fährt mit meinem Strom. Ja, so kann man auch Geld sparen. Was haben Wolken und Frauen gemeinsam? Wenn sie sich verziehen, kann der Tag gut werden. Ach, ich glaube, es gibt auch hübsche Wölkchen. Ich habe heute meinen Boss gefragt, ob ich zwei Stunden später kommen kann. Daraufhin hat er geantwortet, träumen weiter. Ach, so ein toller Chef. Sagt der Zahnarzt, das kann jetzt ein bisschen wehtun. Darauf er, okay. Dann der Zahnarzt, ich habe seit drei Jahren ein Verhältnis mit ihrer Frau. Oh, der arme Patient. Sagt der Patient, ach, ich bin so aufgeregt. Das ist meine erste Operation. Daraufhin der Arzt, ach, meine auch. Was ist gelb und kann hier schwimmen? Eine Schwanane. Sagt der Vater, du hast fünf Euro und ziehst einen ab. Wie viel hast du dann? Daraufhin der Sohn, äh, das Wassertyp dabei hatte. Oh, pfiffig. Was steht auf dem Grabstein? Es ist eines Uhrenmachers. Seine Zeit ist abgelaufen. Ja, ist traurig. Warum lächelt eine Blondine bei Gewitter? Weil sie denkt, sie wird fotografiert. Ein Patient kommt zum Arzt. Da fragt der Patient, darf ich mit Durchfall baden? Dann sagt der Arzt, wenn sie die Wanne vollkriegen, uiuiuiui. Was ist die Telefonnummer der NASA? Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Abbruch, Abbruch. Dieser Moment, wenn man die Zimmertür ganz leise schließen will, die Tür auf letzten Zentimetern so. Und wie macht die Trompete? Ach ja. Sagt ein Mann zu seinem Freund, kennst du den Witz, den man nicht an Idioten erzählen soll? Sagt der Freund, nein. Darauf antwortet er, hab ich mir gedacht. Oh, fies. Wenn Chuck Knows mit Männern schläft, heißt es nicht, dass er schwul ist. Nein, er hat nur alle Frauen durch. Chuck Knows hat seine Jungfräulichkeit vor seinen Vater verloren. Was ist fleißig und hängt an einem Baum? Ein Gymnasiast. Chuck Knows kann schneller stehen, als du laufen kannst. Sagt Lisa, die Party gestern war cool, oder? Sorry, wegen dem Edding. Und was geht bei dir ab? Darauf Lena, auf jeden Fall nicht der Edding. Oh, wie fies. Kevin lädt drei Leute zu seinem Geburtstag ein und bekommt fünf Absagungen. Oh, der Arme. Was sind die teuersten Tomaten? Die Geldautomaten. Schön flach. Sagt der Wallfisch zum Thunfisch. Was sollen wir tun, Fisch? Darauf der Thunfisch zum Wallfisch. Du hast die Wallfisch. Es gibt Diamanten und Gold, aber was ist wertvoller? Hämorrhiden. Die sind am allerwertesten. In der Steinzeit waren alle steinreich. Dann danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.